Titiryasana ist das Rebhuhn. Titiryasana ist eine Yogastellung, die im 29. Vers des Shri Tattva Nidhi beschrieben wird, einem Hatha-Yoga-Text, vermutlich aus dem 19. Jahrhundert. Daniel zeigt, wie es geht. Wenn du das Gesäß nach oben bringst, dann bist du im Rebhuhn. Du kannst es auch dynamisch machen, erst Becken unten, dann wieder hoch, Becken unten und dann wieder hoch und damit stärkst du zum einen Gleichgewicht und die Arme und den Rücken. Titiryasana heißt, das Gesäß so hoch halten wie möglich und das Gesäß zum höchsten Punkt machen, während in der Krähe ja häufig der untere Rücken oder auch der mittlere Rücken der oberste Punkt ist.